So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke. Eigentlich wollte ich heute ein Video hochladen von meinem Main-Account. Dann kamen schon wieder gestern Abend aber zwei News raus, zwei Sachen, zwei Events wurden angekündigt. Wusste ich jetzt nicht, ist es sinnvoll, dann das Mittwochsevent am Dienstag anzukündigen als Reminder? Das Samstagsevent am Freitag anzukündigen als Reminder, das ist ja alles erst nächste Woche. Aber weil dann wieder gar keiner mehr drüber redet, mache ich es halt doch heute, verschiebt meine Pläne mit Pokémon Go eben nach hinten, dass wieder gar nichts mehr passt. Heute Abend wollte ich eigentlich auch die Haselnussbratwurst hochladen. Verschiebt sich jetzt auch wieder, da heute Prime beim Kaufland im Angebot in der Werbung war, muss das jetzt heute Abend kommen und seht ihr mal, wie das ist. Nehmt euch nichts vor im Leben, es kommt eh immer anders. So, obwohl wir gerade das Psychospektakel am Laufen haben und am Wochenende den Sea Day, wisst ihr jetzt schon, was das nächste Event nächste Woche ist, plus den Schlüpftag, der nächste Woche ist. Aber das wären zwei eigene Videos, denn erstmal erwartet uns nichts wie raus. Das ist ein Abenteuer, was sich wohl hier rund um Routen dreht. Und hier seht ihr ein Hisui Fukano rumlaufen. Das finde ich ja vom Design her gar nicht so toll. Das, äh, ja, das kommt jetzt beim Routen-nichts-wie-raus-Event wohl in Shiny. Gibt's das Wild? Gibt's das in Rates? Gibt's das in Eiern? Gibt's das aus Feldforschungen? Das werden wir uns jetzt angucken. Wir lassen mal den Text da oben weg und sagen euch erstmal das Datum vom 27. September, das ist also am Mittwoch. Nächste Woche Mittwoch, 27. September, 10 Uhr. Bis Montag, den 2. Oktober. Da ist dann schon wieder die nächste Jahreszeit. Äh, der nächste Monat, nicht Jahreszeit. Das heißt, da müsste dann auch schon bekannt sein, was im Oktober alles für Raids stattfinden, für andere Events noch rumlaufen. Also das wird wieder sehr spannend und sehr chaotisch. Wilde Pokémon wären dieses nichts wie raus Events. Enton, Fucano, Onyx, Evoli, Barschwa, Flecknoil, Pamo und mit etwas Glück auch Arcani. Ihr seht also, dieses Hisui ist gar nicht wild dabei. Pamo ist immer noch am Start, immer noch wild dabei. Finde ich cool. Das ist ein Pokémon, das hätte ich gerne als Hunderter dann durchentwickeln. Schöner Elektroangreifer vielleicht. Ob der jetzt so nützlich und stark in Pokémon Go ist, weiß ich nicht. Evoli für mich leider wieder interessant. Da bei den Level-Up-Aufgaben ja wohl auch wieder das dabei ist, dass man alle Evoli-Stufen entwickeln muss. Und da brauche ich ein paar Evolis. Habe ja den Namenstricks jetzt bei dem neuen Account. Das würde funktionieren. Ansonsten... sehe ich jetzt nichts, was irgendwie interessant wirkt. Leider Gottes, Onyx hat eine erhöhte Shiny-Rate. Enton sieht man mal wieder. Da freut man sich vielleicht, aber... Ja, ist eigentlich für die Wurst, ne? So, was haben wir sonst in den Eiern? Die folgenden Pokémon schlüpfen aus 2 Kilometer und 7 Kilometer Eier. Ne? Hisui Fukano. An die 7 Kilometer Eier komme ich meistens gar nicht ran, weil durch mein eigenes, ich öffne nachts im Schlaf-Konzept... Wenn alle interagiert haben, habe ich keinen Eierplatz. Würde ich mich also auf 2 Kilometer Eier konzentrieren müssen. Da ist dann Hisui Fukano drin, was neu als Shiny auch im Spiel sein kann. Diese Weiterentwicklung vom Hisui Fukano sah ja sowieso schon immer dann so schwarz und dunkel und brutal aus. Wie das Hisui Fukano an sich aussieht, weiß ich gar nicht. Wenn ihr es wisst, schreibt es mal in die Kommentare. Freut ihr euch da drauf, wieder mal erbrüten zu müssen, um an ein neues Shiny zu kommen? Ich, naja, werde wieder keine Chance haben. Event Boni. Kegleon erscheint häufiger bei Pokestops. Ist jetzt auch kein nützliches Pokémon, aber wer das noch nicht in Shiny hat, kann ja da die Chance nutzen. Immer mal an einem Pokestop so einen Encounter Kegleon mitnehmen. Das ist auf jeden Fall auch noch ein seltenes Shiny, würde ich sagen. Ihr verdient beim Erkunden von Routen mit eurem Kumpel schneller Kumpel Bonbons. Ihr erhaltet dreifache EP für den Abschluss einer Route. Zergadezellen sind auch immer noch ein wichtiges Thema. Will man ja eigentlich sammeln, will man Zergade komplett durchentwickeln. Jetzt ist nochmal ein Anreiz da, dass ihr schneller Bonbons verdient, dass ihr da mehr EP bekommt. Wenn ihr Pech habt, werdet ihr gebannt, wenn ihr der Route folgt. Also macht es oder macht es nicht, aber keine Ahnung. Feldforschungen gibt es auch mit auch Hisui Fukano. Hisui Fukano, Hisui Sneebel, Hisui Baldorfisch und Pamo können bei Feldforschungsaufgaben rausdriften. Baldorfisch Sneebel gab es ja schon mal so. Dann gab es sie auch wild jetzt wieder in Feldforschungen. Sind nicht Shiny, Pamo nicht Shiny, aber Hisui Fukano auch aus Feldforschungen. Tobi hat schätzhafterweise schon gesagt, die Forschung heißt dann bestimmt, brütet 10 Eier aus oder so. Es kommt aus Eiern, du sagst, ach ich eier nicht, ich Feldforsche. Und dann musst du trotzdem in der Feldforschung Eier brühen. Was es ist, wissen wir jetzt noch nicht, sehen wir dann nächste Woche. Nichts wie raus, befristete Forschung. Es wird auch wieder eine befristete Forschung geben, die also im Heute-Tab links auf der Seite hängt. Da dreht sich alles um das Erkunden der Umgebung mit Ruten und dem ganzen Mist. Da gibt es Items, Sternstaub und mehrere Hisui Fukano. Vielleicht ist das so wie beim Psychospektakel, wo man 8 Monozyto begegnen konnte dann beim Abschließen, dass du hier so eine ganze Ballette Hisui Fukano hast und da vielleicht ein Shiny rauskriegst, sodass du gar nicht brühen musst, du musst gar keine Feldforschungsaufgaben machen. Feurige Abenteuer, kostenpflichtige, befristete Forschung. Wie bei Parmo mit dem Parmo-Rucksack für 6 Euro gibt es jetzt hier auch wieder ein feuriges Abenteuer als Ticket, eine Ticket-Forschung, diesmal nur 2 US-Dollar. Hier bekommt man nochmal 6 zusätzliche Hisui Fukano-Begegnungen, 5 Begegnungen mit Fukano, 2 Brutmaschinen und eine super Brutmaschine. Also zum Preis von 2 US-Dollar insgesamt 3 Brutmaschinen. Das ist ja schon fast normal, nur mit zusätzlichen Pokémon-Begegnungen, sodass ich sagen müsste, für 2 US-Dollar könnte man sich das mal überlegen. Ich kann es mir nicht kaufen, darf es mir nicht kaufen. Wenn es mir jemand schenken möchte, könnt ihr das gerne tun. Dann gucke ich, dass ich wieder ein Video drüber mache, ob da was richtig Cooles bei rausgekommen ist. Die Brutmaschinen nehme ich natürlich gerne mit. Ansonsten geht das glaube ich auch ohne, wenn man die Feldforschungsaufgaben löst, braucht man nicht unbedingt dieses Ticket-Event-Boxen. Das gucke ich mir eh nie an. Im Pokémon-Go-Web-Store habe ich noch nie reingeguckt. Da gibt es immer besondere Angebote. Es gibt wieder Pokémon-Showcases mit Hisui Fukano und normalem Fukano. Okay, momentan laufen ja auch Showcases mit Spoing. Vergesst das nicht, setzt euch noch in den Showcase rein. Dann nächste Woche, Mittwoch, gibt es also Fukano, Hisui Fukano im Showcase. Neue Avatar-Artikel gibt es auch. Habt ihr so eine hässliche Perücke vom Hisui Fukano, könnt ihr euch für 200 Coins erwerben. Updates an Routen. Wir hoffen, dass euch die Routen und die neuen Erkundungsmöglichkeiten gefallen. Weltweit verbesserte Routenverfügbarkeit, gesenkter Mindestlevel für die Routenerstellung, Verbesserung für mehr Spielqualität, zum Beispiel mehr Routen im Menü in der Nähe, Richtungspfeile auf Routen, Anzahl der gesammelten Zygardezellen im Zygardewürfel sichtbar. In Zukunft werden überall auf der Welt noch mehr Routen verfügbar sein, sobald diese genehmigt wurden. Darüber hinaus dürft ihr euch auf die folgenden Änderungen freuen. Mehr Trainer können Routen erstellen. Trainer finden auf Routen häufiger Zygardezellen. Eine neue Benachrichtigung wird eingeführt, um Trainer auf Routen in der Nähe aufmerksam zu machen. Verschiedene Updates für mehr Spielqualität werden vorgenommen. Ich weiß, das Routen-Feature regt die meisten Leute komplett auf. Aber manche sind fleißig trotzdem am Zygardezellen sammeln, das habe ich schon gesehen. Für mich ist es halt wieder so ein, ich mache Feldforschungsaufgaben oder Brüde-Eier-Event. Also man wird sich da hauptsächlich auf Feldforschungsaufgaben vielleicht fixieren. Mal gucken, ob man ein schönes Sisui Fukano bekommt in Shiny. Ansonsten habt ihr Bock auf das Event, schreibt es mal rein. Ich drehe gleich noch zum Azumarill-Schlüpftagen-Video, dass wir das extra haben. Und ballert das raus. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Und kauft euch nicht so eine Perücke. Nein, lasst das bitte. Ciao.